Moin, ich bin Sam van Marius und ich stehe mein Mann. Fabio de Aguiar. Du bist von F11. 11F Gaming. Was kannst du uns darüber erzählen? Was ist das genau? 11F Gaming ist eine Zeit für alle Gaming-Verrikten aus dem ganzen Land, aber auch aus den europäischen Ländern. Wir sind nicht nur für Lütze, wir sind auch für Deutschland, Frankreich, für Jürgen Rindau. Hauptsache, aber natürlich, wir versuchen hier im Land alles, was die Gaming-Kultur auch geht, eben aufzubauen. Wie haben wir uns gegründet? Wir haben uns gegründet. Wir haben uns gegründet im Anfang des Jahres im Februar, wo wir ein Projekt an den Leven gerufen haben und noch eine Seite darüber gegründet haben, auf Facebook. Was haben wir denn veranstaltet? Das, was wir im Moment veranstaltet haben, wo wir gerade sind, das heißt, das ist ein Gaming-Bar. Das heißt, wir haben immer andere Spieler, immer andere Themen. Wir machen aber auch in unserem Gaming-Bar E-Sport-Tourneieren. Das heißt, da probieren wir mit, als Partner haben wir eine Lizenz gekriegt, für eben am Ausland mit Groß-Tourneieren spielen zu gehen. Dann haben wir ein oder zwei oder drei oder vier Plätze respektiv. Und da probieren wir, die besten Lützebäuer zu finden, an einem Spiel, den dann mit Eis kann, auf Parais, Servet, Köln, Resen, für eben da ein größtes E-Sport-Tourneier, wo es dann noch mehr geht, können zu spielen. Wie oft veranstaltet ihr so Event da? Momentan sind wir alle Freuden, wenn wir hier gestartet. Das heißt, alle Freuden lebt hier an einem anderen Thema, ein Gaming-Bar-Sware. In Zukunft werden wir aber auch Samstag, wie zum Beispiel Mua, an die Woch-Trop E-Sport-Tourneieren hier veranstaltet. Da rechnen wir mit zweimal den Markt. Wo sind die Sponsoren, wo ihr schon läuft? Verschiedene Sponsoren an Gaming haben wir noch nicht direkt. Wir sind in Kontakt, wir sind in Verhandlungen mit ihnen. Wir haben eine Spurzeit, wenn wir probieren, den Sport mit Gaming zu verbannen. Und unter der sportlichen Seite, wenn ich die so nennen kann, haben wir schon den einen oder anderen Sponsor, wo wir das ganze Projekt unterstützen. Wo waren das jetzt Lohai veranstaltet? Wie war das die Platz hier genau? Die heute Platz, also das erstens mal dritte Halbzeit hier steht, eigentlich haben wir den Namen genannt, das zu Schöffling und das am Anfang der Sportzahl zu Schöffling. Die größte Sorte Sportiv, wo auch die Schwämmers, wo auch die Groß-Sport-Tour, direkt für uns sind, wo den Handballer, wo den Federballer, und nach einer gesellschaftlichen Sportarten. Das heißt, wir probieren wirklich, die Gaming-Mann-Sport zu verbannen, auch in unserer Lokalität, wo wir sind. Von den Gaming-Stationen, wie können wir ein bisschen beschreiben, wie das hier abgebaut ist. Wir haben zum Beispiel sechs Stationen Playstation 4, das Thema, ich meine, wir haben noch nicht gesagt, Fighting. Wir haben halt ein Fight Night, das ist mit lauter Spieler, wo es um die Kämpfe geht. Und das auf verschiedene Konsole. Wir haben das Setup gemacht, von sechsmal die neueste Playstation 4, wir haben ein Xbox, wir haben ein Nintendo-Fayer 60, wir haben zwei Playstation 3, wir haben ein Super Nintendo, ein Playstation 1, ein Playstation 2, und wir haben ein Wii U. Das ist für alle gut, und selbst smart dabei. Leute, wir haben alle gerne willkommen gehört, heute lernen zu kommen, das Ganze zu gucken, vielleicht auch auf unserer Seite, LWF.LU lernen zu surfen, durch den immer gefühlt, was hier so lebt. Also vielmals Merci für die Zeit. Das ist gleich geschickt. Wenn der Losut kommt, das ist ein Event als der Schöpfling. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.